Sie sagten, ich hätte mich ruhig zu verhalten. Ich hätte die genau präzisierten Fragen, die mir in der Reihe nach vorgelegt würden, mit einem Zitat bescheidenen und schlichten Ja- oder Nein zu warten vor. Sie sagten, ich hätte zur Zitat moralischen Zerrüttung des Untäters oder auch des Zitat feiland hochlosen. Also meines Freundes Moritz, der sich erschossen hat. Beigetragen durch Bereitstellung einer Zitat unzüchtigen Lektüre Wahrheit, Liebe! Mut und Verantwortung machen das Lehren, Lernen und Leben in unserer weltoffenden Schüler- und Lehrergemeinschaft zu einer umfassenden, bereichselten und individuellen Erfahrung. Uh! Untertitelung des ZDF, 2020